Hi Jungs und Mädels, Stefan Lamml ist hier. Also ich will mit diesem Video heute erzählen, welche Mundstücke ich spiele und welche Blätter ich spiele. Und was ich für ein Saxophon spiele, das habe ich ja schon öfter bekannt gemacht. Das ist ein Yamaha, ein 875er, das so nicht mehr gebaut wird. Und naja, also fangen wir mal mit dem Mundstück an, was ich da, wo habe ich es denn? Auf dem Alt-Saxophon spiele ich zwei verschiedene Mundstücke. Einmal hier, dieses Mundstück ist ein Maya-Mundstück Stärke 6. Das ist ein sehr bekanntes Mundstück. Er wird von vielen Saxophonisten benutzt. Ich spiele darauf Blätter Stärke 2,5, fast 3. Und zwar die Blätter Marke Vandor. Ja, das ist wieder die Sache, wo ich die wieder hin habe. Da habe ich es. Ah ja, also. Die Vandor Blätter sind meistens die blauen. Da spiele ich zweieinhalb auf diesem Mundstück, beziehungsweise was ich lieber spiele, sind die Rico Blätter. Hier, die Rico Blätter, und zwar die Jazz-Select Blätter, weil die noch feiner justiert werden können. Das heißt, ich spiele Blattstärke 2, aber 2H, was heißt, das ist 2Hart. Also, auf dem Maya-Mundstück spiele ich 2H mit dem Jazz-Select vom Rico. Kann ich nur jedem empfehlen. Leider sind die ziemlich teuer. Das sind also, teilweise kostet da eins schon 2,50 Euro. Aber wie man die behandelt, das erzähle ich auch noch. Also, das Maya-Mundstück mit den Rico Blättern. Teilweise probiere ich das auch mit Vandoren Blättern, auch zweieinhalb. Je nachdem, mal ist so, mal ist so. Aber ich bin von den Rico Blättern, übrigens, die heißen ja jetzt anders, die sind ja mit den Gitarren-Saiten, haben sich die ja verbündet, mit D-Dario heißen die, ja, Dario, mit 2A. Aber man kennt sie immer noch unter Rico Blättern. Kann ich nur wärmstens empfehlen, sind zwar teuer. Jazz-Select heißen die, Anfalt. Und diese Blätter benutze ich hauptsächlich für mein Saxophonspiel. Dann habe ich noch für das Altsaxophon, habe ich noch ein zweites Mundstück. Ah, und das ist ein Prachtexemplar. Das ist ein sogenanntes Bichler oder Bichler. Ich weiß es leider nicht, wie man das ausbricht. Ist jetzt seit ein paar Jahren ein legendäres Mundstück geworden. Und das ist phänomenal, weil mit diesem Mundstück spiele ich in einer Band, wenn die Gitarristen haben und lau die Gitarristen das Spiel, da kann ich mit diesem Mundstück, das klingt voll voluminös, und da kann ich durchdringen, ohne Mikrofon sogar. Also Bichler oder Bichler mit zwei E, in dem Fall auch ein Siebenstern. Was die Bezeichnung heißt, das ist ziemlich offen, die Bahn. Das heißt, dass das Blatt zu dem Mundstück, die Spalte ziemlich groß ist, sodass man auch viel Luft braucht, aber der Ton natürlich viel größer ist. Also das ist, also das Bichler ist nur für Geübte. Während das Meier 6, Größe 6, kann ich jedem empfehlen, der jetzt nach einem Jahr jetzt spielt, kann ich das empfehlen. Ist wunderbares Mundstück. Ist auch nicht zu teuer. Ich glaube, man kriegt es schon um die 90 Euro oder 100 Euro. Ist wirklich ein wunderbares Mundstück. Spricht von oben bis ganz nach unten, spricht es wunderbar an. Kann ich also nur wärmstens empfehlen, Meier mag 6. Manche spielen auch Mark 5. Also die Nummer 5 oder die Nummer 4. Die 6 ist unter den Saxophonisten das Bekanntere. Also kann ich nur empfehlen, Meier-Mundstück probieren und du bist wirklich auf der sicheren Zeit. Für Geübte, die also wirklich jetzt Funk zum Beispiel spielen wollen und wirklich durchdringen wollen und es auch schön klickt und auch Flageolett-Töne wirklich spielen wollen, kann ich nur dieses Bichler oder Bichler empfehlen. Und der Nachteil ist, das ist sauteuer. Also die 450, 500 Euro kosten die. Und es werden von den berühmtesten Saxophonisten gespielt. Und ich kann nur sagen, da muss man schon gut spielen, beziehungsweise weil die Stimmung natürlich ganz schwierig ist, da muss man schon ein gutes Gehör haben, aber immer mit einem Stimmgerät spielen, das ist es Bichler. Aber empfehlenswert für diejenigen, die sagen, ja ich bin schon soweit, kann ich nur die zwei empfehlen. Dann kommt das Mundstück fürs Tenor. Das Mundstück fürs Tenor. Hier. Das ist ein Prachtexemplar fürs Tenor. Manche sagen, äh, Berglasen. Ja, Berglasen gibt es schon seit ewigen Zeiten. Aber ich habe seit etwa zwei Jahren, spiele ich mit einer Blattstärke geringfügiger Höhe, also von der Blattstärke, und seitdem bin ich wirklich restlos zufrieden. Das ist Berglasen. Ich glaube, das ist sogar das von der Bahnöffnung eines der weitesten. Das hat die Bahnöffnung 120. Ja, jeder Hersteller macht eine andere Bezeichnung für seine Bahnen. Ja, der Meier macht mit normalen Zahlen von 1 bis 7 oder 1 bis 8. Und Berglasen macht es von 90 an, 90 ist die kleinste Bahnöffnung, bis 120. Ich weiß gar nicht, ob es 125 gibt, aber ich habe hier die 120 mit dem Beinamen Nr. 1. Das 1 heißt, dass es auch strahlender ist. 2 bedeutet, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich habe es gerne ein bisschen strahlender. Darum habe ich die 1er genommen, und ich spiele die schon seit ewigen Zeiten, und zwar mit den Blättern Rico, die Dario, Rico, Jazz Select, und jetzt seit ein paar Monaten, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, mit der Stärke 2S. Teilweise bin ich schon dran, dass ich einen Dreier nehme, und wenn man das erblasen kann, also wenn man da so viel Luft hat, dann kann ich das wirklich nur am Fortgeschrittenen. Weil man muss natürlich schon auch die Stimmung beachten, man kann nämlich mit dieser Öffnung, mit dieser weiten Öffnung, kann man natürlich sehr viele Sachen machen. Für den Anfänger nicht empfehlenswert. Für den Anfänger eine kurze Bahnöffnung nehmen, 100 würde reichen, oder 95. Aber für diejenigen, die schon ein paar Jahre spielen, und sagen, ich möchte jetzt wirklich den nächsten Schritt machen, mal antesten. Ja, die fallen aber auch unterschiedlich aus, sind auch nicht so teuer, also, was heißt teuer? Man muss auch schon 200 Euro damit rechnen. Und dann kommt gleich die nächste Empfehlung. Solltet die für ein paar Wochen euch ausleihen können, und spielen können. Ja, es gibt Musikgeschäfte, die schicken das euch zu, ihr müsst es vorher bezahlen. Ihr könnt die aber nach einer Woche testen, wenn ihr noch ein bisschen nachfragt, auch zwei Wochen, wenn ihr das gut behandelt, schickt sie zurück, und ihr bekommt das Geld wieder. Habe ich das öfteren gemacht, und das klappt. Es gibt nur ganz wenige Musikgeschäfte. Es gibt in Hamburg ein Musikgeschäft, das alle Mundstücke hat, und das kann ich nur empfehlen. Einfach hinschicken, fragen, kommen lassen, zwei, drei Mundstücke kommen lassen, die natürlich bezahlen mit der Karte, und eine Woche zurückschicken, und dann bekommt man das Geld wieder, oder man behält das Mundstück. Mundstück ist das A und O, und wenn man mal eins hat, dann sollte man wirklich längere Zeit dabei bleiben, und ich habe dieses Mundstück für Tenor, habe ich das schon seit immer. Ich habe also, glaube ich, noch nie ein anderes Mundstück, und seitdem, dass ich die richtigen Blätter gefunden habe, bin ich absolut zufrieden mit meinem Ton. Hört euch die Videos an, die ich produziert habe, da hört man also diesen Ton, mit dem richtigen Ansatz, kann ich nur empfehlen. Und ich kann natürlich auch empfehlen, die Rohrblätter von Vandorn, Rico, Tadario, ich kriege von denen nichts bezahlt, aber ich will das jetzt halt bloß weitergeben, die mal viele mich fragen, welches Blatt spielst du, und welche Marke. Es gibt natürlich andere Marken auch noch, aber ich weiß, dass diese Blätter für mich richtig sind, und da probiere ich keine anderen mehr aus, weil die Blätter natürlich auch ziemlich teuer sind. Und da habe ich jetzt einen Tipp für euch, wie man mit den Blättern umgeht. Ich habe Blätterverschleiß gehabt ohne Ende, und habe ziemlich viel Geld ausgegeben, weil nachdem ich das Blatt ein-, zweimal immer gespielt habe, beim nächsten Mal, wenn ich das wieder drauf getan habe, springt das Blatt gar nicht an, und das hat mich so genervt. Ich musste erst einmal wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten spielen, bis das Blatt eigentlich wieder spielfähig ist, und das nervt natürlich einen, wenn man anfängt, und das Blatt geht nicht los. Da verliert man schon die Geduld, überhaupt zu spielen und zu üben. Das hat mir jetzt ein bekannter Saxophonist mir erzählt, wie er das macht. Ich habe das dann übernommen. Ein Wasserglas. Glas Wasser. Und da tue ich meine Blätter, die ich zur Zeit spiele, lege ich da rein. Ich beschrifte die auch, ob das ein bisschen zu schwer, zu leicht ist, aber ich tue die da rein, nehme dann noch einen Schuss Mundwasser dazu, Odol ist es bei mir, und den nächsten Tag, wenn ich anfange zu spielen, nehme ich ein Blatt raus, und ich spiele rein, und es geht los. So ein Wasserglas. Wasser rein. Der Nachteil ist, ich muss halt das Wasser jeden Tag oder jeden zweiten, Tag erneuern, weil es sind natürlich die Ablagerung von den Speicheln sind natürlich hier mit drauf. Da muss ich das einfach wieder neu befüllen, wieder neu Mundwasser rein. Manche machen das mit Whisky etc., das geht natürlich auch, aber Mundwasser ist es toll, und zu den Auftritten habe ich da meine Blätter drin, und ich kann ganz beruhigt hinfahren, weil wenn ich da zwei, drei Blätter drin habe, die gehen immer los, ja, da ist kein Blatt dabei, die jetzt nicht losgehen, wo ich dann in Stress komme, ja, welches Blatt nehme ich denn, ja, wenn ich irgendwo einen Auftritten habe, ist jetzt hiermit vorbei. Wie gesagt, ich muss mich halt darum kümmern, dass ich es jeden Tag oder jeden zweiten Tag nach dem Spielen einfach wieder neu befülle und neu und neu justiere. Die Blätter werden leichter, aber dann nehme ich lieber eine halbe Stärke mehr, so wie ich das dann auch gemacht habe mit meinen Rico. Die Rico-Blätter habe ich jetzt genommen 2S, 2S für das Tenor, für das Alt habe ich 2,5 oder 2M, das ist also Medium, 2S wäre Soft, das muss jeder für sich selbst ausprobieren, die tue ich rein und dann springen die an, die werden zwar ein bisschen leichter, aber dadurch, wie gesagt, dass ich bei Rico kann ich das feiner justieren durch dieses S, M und H, dann haut das wunderbar hin. Also kann ich nur empfehlen für denjenigen, der auch dieselben Probleme hat beziehungsweise das ist natürlich auch Geldbeutel schonend, weil die Blätter halten viel länger und nachdem die Blätter so immens teuer geworden sind, wenn ich so ein Blatt denke, das kostet 2,50, teilweise kosten die dann schon wieder 3 Euro, dann denke ich mir für ein Blatt 3 Euro und ich brauche im Monat, was weiß ich, verschleiße ich, früher habe ich an die 5 bis 10 verschlissen und jetzt brauche ich vielleicht im Höchstfall 1 oder 2 und die reichen wirklich bei täglichen Üben, reichen die wirklich, dann ist es ein enormes Ersparnis. Ja, Jungs und Mädels, das war's. Wenn es euch gepasst hat, wenn ihr da Informationen für euch bekommen habt, die euch nützen, dann schreibt es mir doch rein, ich brauche Feedbacks, ich brauche Kommentare, damit ich meine Videos verbessere und die Sonne dahinter mir nicht übel nehmen, ich hoffe, das kommt jetzt dann beim Schneiden und kommt es gut rüber, ja, das wär's und zum Schluss spiele ich mal keinen Titel, schaut euch meine Titel an, die ich produziert habe, da sind viele dabei mit einem sehr schönen Ton, mit Tenor und Altsaxophon, demzufolge bleibt cool, tschüss, bis bald, servus. Kahun, da sind Teufel bis bald, bis bald, торов, bis bald, reng bis bald, bis Ahh mit Belös god